In diesem Video teste ich von ESN die Designer Oat Bars in den Sorten Chocolate Chip und Crunchy Yookhurt. Bei der Crunchy Yookhurt-Sorte handelt es sich hier nicht um eine weiße Schokolade, sondern um einen Yookhurt-Überzug. Bei der Chocolate Chip-Sorte wurde eine dunkle Schokoschicht verwendet. Die Crunchy Yookhurt-Sorte wirkt ein bisschen saftiger wie die Chocolate Chip-Variante. Die Schicht bei der Crunchy Yookhurt-Sorte ist weich. Bei der Chocolate Chip-Sorte hat die Schokolade eine leicht knackige Textur. Bei der Crunchy Yookhurt-Sorte befinden sich in der Hafermasse noch einige dunkle Keksstücke, die geschmacklich allerdings überhaupt nicht auffallen. Vorrangig schmeckt diese Regel nämlich stark nach Haferflocken. Die Schicht Oberbei schmeckt nicht nach Yookhurt, sondern hat einen süßlich, vanillig und sahnigen Geschmack. Die Chocolate Chip-Sorte schmeckt sehr schokoladig. Die dunkle Schokolade schmeckt leicht herb sowie kräftig nach Schokolade. Im Vergleich zu den anderen Oat Bars ist dieser hier am wenigsten süß, wie ein Schokomüsli in Riegelform. Von diesen beiden Sorten ist die Chocolate Chip mein klarer Favorit. Crunchy Yookhurt ist mir persönlich etwas zu unspektakulär. Wir machen das, was es gibt, wir machen das ja auch schon. Wir machen das sohör. Und dann schauen wir das sohör. Wir machen das sohör.